Susi Nicoletti war eine deutsch-österreichische Schauspielerin, die vor allem als Komödiantin, besonders in Stücken von Johann Nepomuk Nestoi und Ferdinand Reimund, hervortrat. Jugend und Karrierebeginn Susi Nicolettis Eltern waren die in Graz geborene italienisch-stämmige Schauspielerin Consuela Nicoletti und der Reedereidirektor Ernst Habersack. Als sie drei Jahre alt war, zog die Familie nach Amsterdam, wo der Vater Direktor einer Bank geworden war. Bereits vor ihrer Einschulung begeisterte sich Nicoletti für den Tanz und besuchte eine Ballettschule sowie Kurse im modernen Tanz. 1927 kehrte sie mit ihrer Mutter nach München zurück, wo sie sich mit Elisabeth und Michael, den Kindern des Schriftstellers Thomas Mann, anfreundete. Sie besuchte das St. Anna-Lyzeum Stand ab ihrem 13. Lebensjahr bei den Münchner Kammerspielen als Tänzerin auf der Bühne und entdeckte ebenfalls ihre Leidenschaft für das Theater. Zwei Jahre später beendete sie die Schule und wurde Solotänzerin an der Münchner Opernbühne. Nach dem schwarzen Freitag war Nicoletti gezwungen, Pläne für ein Studium beiseite zu schieben und absolvierte eine Ausbildung an der Schauspielschule von Magdalena. Zuvor hatte sie zu Beginn der 1930er Jahre Erfahrungen in der Kabarettgruppe die weiß-blaue Drehorgel gesammelt. Von 1936 bis 1940 spielte sie an den städtischen Bühnen Nürnberg. Der Film entdeckte sie 1939, wo sie in Schwarz und Blond debütierte. Wien Im Jahr 1940 ging sie nach Wien, wo sie bis 1992 Ensemble-Mitglied ab 1983 Ehrenmitglied des Burgtheaters war, 1959 bis 1961 und ab 1992 wirkte sie am Theater in der Josefstadt und seit 1946 bei den Salzburger Festspielen. Ihr Debüt am Burgtheater gab sie in Hermann Barster Franzel. Sie spielte hier über 100 Rollen. Sie war zunächst der Inbegriffe des süßen Wiener Mädels mit Temperament und frechem Witz und entwickelte sich dann zu einer differenzierenden Charakterdarstellerin mit präzisen Gestus und großen Möglichkeiten im Komischen. Zu den wichtigsten Stücken zählen das Mädel aus der Vorstadt 1941 und 1961, der Talisman 1981-82, der widerspenstigen Zähmung 1950, der Biberpilz 1950, vor Sonnenuntergang 1963-64, Libelay 1954, das Weite Land 1978, in der Regie von Otto Schenk, Girao Du Amphitryon 38 und 1955-56, ein Idealer Gatte 1961-62 und Bunbury 1976-77. Während ihrer Zeit am Theater in der Josefstadt spielte sie in der Uraufführung die Verführerin und Muse in Joshua Sobols Bolli Drama Eimer minus A Show Bits, ans Ende 1996 im Sanatorium Purkastorf unter der Regie von Paulus Manka. Zu ihren wichtigsten Rollen bei den Salzburger Festspielen zählen die Viola in Was ihr wollt 1950, Kolumbine in Goldtonis der Lügner 1952, Marte Schwertlein in Fausti in der Regie von Leopold Lindbergh und Kressens in der schwierige 1967-68stel mit Ho. W. Fischer. Von 1983 bis 1989 spielte sie Jedermanns Mutter im Jedermann, Lehre und Film. Nebenbei arbeitete Susi Nicoletti auch als Tanz- und Schauspiellehrerin. Von 1954 bis 1989 war sie ordentliche Professorin des Wiener Max Reinhardt Seminars. Sie gab Musicalkurse sowie privaten Unterricht. Zu ihren erfolgreichsten Schülern gehören populäre Künstler wie beispielsweise Heidelinde Weiss, Pia Duvis, Ute Lemper, Isenta Berger, Paulus Manka, Erika Pluha oder Albert Fortell. Nicoletti spielte über 100 Rollen in Film und Fernsehen, meist Komödien, unter anderem Hallo Dienstmann 1952 mit Hans Musa und Paul Hörbiger. Weitere Filme sind Marianne Dill, mein Freund Havi im Fernsehen zusammen mit Heinz Röhmann und Komedien Harmenists. Privatleben. In erster Ehe war sie mit dem Filmschaffenden Ludwig Pettac, den sie bei den Dreharbeiten zum Film Mutterliebe von Gustav Fusicki kennengelernt hatte, verheiratet. Durch ihre Eheschließung mit dem Österreicher Pettac erhielt Nicoletti Ende der 1930er Jahre die österreichische Staatsbürgerschaft. Im Jahr 1940 brachte Nicoletti ihr erstes Kind, eine Tochter, zur Welt. Ein Jahr später folgte Sohn Michael, der in Europa und in den USA als Schauspieler aktiv war. Die Ehe Nicoletti Pettac wurde am 3. Juli 1946 geschieden. In zweiter Ehe war sie mit dem Schauspieler Josef Stadt- und Burgtheaterdirektor Ernst Häusermann bis zu dessen Tod 1984 verheiratet. Nicoletti galt als große Hundefreundin, deren Leidenschaft einst in Holland mit dem Dackel Leopold begann. Sie unterhielt nach Häusermanns Tod Wohnsitze in Wien, Los Angeles und San Diego, wo ihre beiden Kinder lebten. Zuvor verbrachte sie den Sommer stets in Niederalm, wenn sie bei den Salzburger Festspielen beschäftigt war. Nicoletti starb 86-jährig im Wiener AKH, wo sie zur Erholung nach einer Herzoperation lag. Sie hinterließen neben ihren zwei Kindern vier Enkel und vier Urenkel. Susi Nicoletti ruht auf dem Döblinger Friedhof in Wien neben ihrem Garten. Filmografie Auszeichnungen 1977 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst Klasse 1978 Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold 1995 Ernennung zur Kammer-Schauspielerin 1997 1997 Nestreuring 2000 Platin Romy für ihr Lebenswerk 2004 Undine Award für ihr Lebenswerk als Nachwuchsförderin 2005 Goldenes Ehrenzeichen der Stadt Wien 2000 2016 Então, ich hab auch noch ein paar Jahre erschienen. Ich hab auch noch ein paar Jahre Cooper Es geht um bei drei Stunden. Ich hab auch noch ein paar Jahre aus dem kurzen Dowél Hütergern Ich hab euch eine andere ajuste gerecht.